Ich bin 42 Jahre alt, bin jetzt ein Jahr bei Bodyshape. Durch einen Bandscheibenvorfall hat es mich hierher verschlagen und ich fühle mich gut. Also was ich an Bodyshape Fitness einfach sensationell finde, ist diese Dreiergeschichte. Wir haben Circle Training, wir haben Beweglichkeitstraining und EMS und das ist genau das, was ich brauche. Und was ich sehr schätze, ist es hier in der Bodyshape Fitnessfamilie zu sein und das Team ist einfach klasse. Auf Bodyshape Fitness bin ich durch die Empfehlung meiner Freundinnen aufmerksam geworden. Sie waren sehr begeistert, als sie mir darüber erzählt haben und das wollte ich natürlich ausprobieren. Das Training schaffe ich sehr gut in den Alltag zu integrieren, weil das Training an sich nicht so lange dauert und trotzdem sehr effektiv ist. Also effektiv 20 Minuten und das ist super. Das finde ich nirgends in einem anderen normalen Fitnessstudio. Ja, ich bin seit anderthalb Jahren bei Bodyshape. Angefangen habe ich hier, weil ich im Prinzip meinen Rücken stärken wollte. Durch den Bürojob habe ich da so ein bisschen Malheur und ich habe mich dann informiert über diese neue Fitnessart EMS und fand das sehr spannend und war gleich nach dem Probetraining begeistert. Die Atmosphäre ist toll. Ich war vorher schon in anderen Fitnessstudios gewesen, da war das dann doch sehr unpersönlich und hier bekommt man beim EMS-Training dann auch genau gezeigt, was man machen soll. Wird korrigiert und fühle ich mich sehr wohl dabei. Bei Bodyshape Fitness hatte ich mir ein bestimmtes Ziel gesetzt. Das war Körperformung, Körperstraffung und das habe ich nach anderthalb Jahren zu 95 Prozent erreicht. Die Trainingsflexibilität bei Bodyshape Fitness ist das Nonplusultra, was ich bisher kennengelernt habe und ich muss sagen, damit bin ich hundertprozentig zufrieden. Wenn ich mir mal einen Termin gesetzt habe und muss beruflich umdisponieren, dann kann ich auch diesen Termin umlegen und diese Flexibilität möchte ich einfach gar nicht mehr missen. Die Atmosphäre hier im Studio ist sehr, sehr angenehm. Es ist insgesamt auch ein bisschen ruhiger. Ich kann besser abschalten vom Alltag und es ist eine sehr gute Atmosphäre. Den Beweglichkeitszirkel mache ich, um wieder etwas beweglicher zu werden. Wohl merke ich durch den Alltag, den man so hat, dass man sehr versteift eingefahren ist in seinen Bewegungen und die Mischung der Kraft-Ausdauereinheit macht den Zirkel für mich so besonders. Zudem auch die Zeiteffizienz, dass man 30 Minuten trainiert und man danach sein Pensum erfüllt hat. Die Trainer von Bodyshape Fitness finde ich sehr sympathisch, aber vor allen Dingen finde ich sie sehr qualifiziert auch. Das ist mir wichtig. Ich trainiere bei Bodyshape, weil ich sehr, sehr individuell betreut werde. Das finde ich sehr gut und ich kann auf der einen Seite relativ intensiv trainieren, aber auch sehr schonend. Das macht mir Spaß.